Worüber beschweren Sie sich? Ich beschwere mich nicht. Ich wundere mich nur. Die Einladung wurde mir nämlich heute Vormittag zugestellt. Heute? Durch Booten. Oder besser, durch eine Boothin. Aber solche Partys werden doch normalerweise von langer Hand vorbereitet. Eben. Ich frage mich, warum sich die Gastgeber, die mich ja kaum kennen, erst heute entschlossen haben, auf meine werte Anlesenheit nicht verzichten zu können.